Hi ihr Lieben, willkommen bei The Pink Guava, ich freue mich, dass ihr zurück seid. Heute gibt es ein ganz besonderes Rezept für euch und zwar für alle, die Brokkoli lieben, aber genauso auch für alle, die Brokkoli hassen. Dieses Rezept ist für beide geeignet, denn alle lieben es, wirklich. Ich habe von einigen schon gehört, die vorher kein Brokkoli mochten und seitdem Brokkoli lieben und genauso auch Leute, die angefangen haben, anstelle von Chips abends Brokkoli zu essen, was mega gesund ist und einfach mal super, super lecker. Wirklich, probiert es aus, ich verspreche nicht zu viel. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass dieses Rezept so ein bisschen gehypt wurde dafür, dass es einfach echt nur Brokkoli ist, aber diese Kombination aus Zitrone und Knoblauch ist einfach mega, wirklich, ich verspreche nicht zu viel. Probiert es aus, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet und ja, legen wir los. Und dann, wie ihr es,� Musik 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 Musik